moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du da draus wieder eingeschaltet hast und ja heute geht es weiter mit der 5m reihe und zwar habe ich ein neues karlok system für euch und ja mit der taste u wenn wir das fahrzeug dann auf und zu schließen mit einem sound auch was natürlich auch noch besser macht funktioniert 1a und was das auch noch besonders macht der admin rang also seid ihr admin auf euren server dann könnt ihr zu jedem player fahrzeug hingehen und das auf und zu schließen falls das mein weg steht könnt ihr es mal kurz umpacken ja gut ich würde sagen wir kommen direkt zur installation link wie immer unten in der video beschreibung so wenn wir das gute stück dann runter geladen haben dann haben wir diese zip und in der zip befindet sich dieser ordner und hier kopieren wir uns schon mal den ordnernamen raus dann gehen wir einfach nur in den resource ordner und ziehen dann dieses script oder in die exa cfg und müssen das ganze hier einfach nur starten speichern und schließen jetzt müssen wir nur noch den server neu starten und wir haben das gibt schon erfolgreich installiert so wir schauen jetzt haben wir die config.lu an da können wir so einiges noch einstellen zum beispiel ist für uns interessant ob das gibt überhaupt dann funktioniert in der f8 konsole könnt ihr dann sehen wie viel male wurde das fahrzeug dann aufgeschlossen abgeschlossen wird alles natürlich dokumentiert wenn ihr das ganze nicht haben wollt stellt ihr das hier alles auf falls so hier könnt ihr noch mal den kiefer geben für die normalen spieler ist das u und für die admins ist das dann u und naja ihr könnt das natürlich auch ändern und wenn ihr das ok ok notify benutzen solltet könnt ihr das ganze hier auch einfach auf true stellen und dann ist das ganze schon ready für euch falls euch das video so weit gefallen haben sollte dann lasst doch wie immer einen daumen noch um da kommentieren abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder haut rein und tschau tschau und wir sehen uns beim nächsten Mal